Du bist die? Nora. Okay, pass auf Nora. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von anderen benutzt? Ähm... Zahnpasta. Zahnpasta. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von allen anderen benutzt? Mein Schwanz. Was gehört dir, wird aber hauptsächlich von anderen Leuten benutzt? Ja, Frau. Frau? Das heißt, da ist eine Freundin, da ist eine Frau, die gehört dir, aber wird hauptsächlich von anderen benutzt. Ja, vielleicht so ihre Freundin, sie wird ja auch so benutzt. Wie ist dein Name nochmal? Nora. Nora. Richtig. 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 Richtig.